Ich bin hier heute das erste Mal in meinem Leben am Haukland Beach. Es ist eine traumhafte Umgebung. Dadurch, dass die Sonne hier so tief steht, hat man praktisch den ganzen Tag so wie so eine Morgenröte. Das ist auch ein super krasses Panorama gerade. Da die Berge, da die Sonne, da hinten eine riesengroße Regenfront. Ja, und dann diese super, super besondere Erfahrung, die werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Atemberaubende Landschaften und Polarlicht. Ein Abenteuer ohne Gleichen. Bleibt dran, denn jetzt geht es auf zu den Lofoten. Moin, Ben. Moin, Dennis. Wir sitzen hier gerade in der Business Lounge von der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Wir haben eine coole Tour vor. Es geht nämlich auf die Lofoten. Jawohl. Das heißt Polarlichterjagd. Wir warten jetzt noch ungefähr knapp zwei Stunden aufs Boarding und dann geht es schon los. Wir sind guter Dinge, weil bis jetzt hat alles perfekt funktioniert. Super getimed. Ja, alles klar. Wir wünschen uns viel Glück mit dem Wetter und bis gleich. Ja, wir haben ja die Anreise gewählt mit dem Flugzeug so nah dran, wie es geht nach Bodø. Das war ein Gabelflug. Also wir mussten in Oslo umsteigen, von Frankfurt nach Oslo und nach Bodø. Und dann wollten wir mit der Fähre weiter. Jetzt war der Zeitraum zwischen dem Flugzeug und der Fähre drei Stunden. Da konnte eigentlich nicht viel schief gehen. Aber der Umstieg in Oslo, da waren nur so anderthalb Stunden. Und während wir eingecheckt haben in Frankfurt, habe ich noch erfahren, wir müssen unser Gepäck abholen, durch den Zoll tragen und wieder neu aufgeben. Und dann sind wir so anderthalb Stunden ein bisschen knapp. Und als wir dann im Flugzeug saßen, da hieß es plötzlich, die Gepäckbeladung verzögert sich ein bisschen. Dann hieß es plötzlich, die Tragflächen müssen enteist werden. Und dieses Zeitfenster von eineinhalb Stunden schrumpfte immer weiter. Und ich kann euch sagen, das hat mich ganz schön nervös gemacht. Wenn man dann am Ende nur noch 50 Minuten Zeit hat, wo man eigentlich eineinhalb Stunden schon als knapp bezeichnen könnte, da wird es dann relativ schwitzig an meinen Händen. Und als wir dann gelandet sind, sind wir auch gespurtet und gespurtet und haben aber letztendlich das noch so mehr oder weniger auf die Minute geschafft. Wir haben die Fähre erreicht, pünktlich, richtig. Wahrscheinlich korrekte Fähre, wenn man den Plan sich anguckt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich um drei Stunden knacken. Da freue ich mich auch recht drauf. Wir sind seit zwei Uhr unterwegs und die Nacht auch gar nicht geschlafen. Jetzt ist echt mal Zappelungs da. Ich freue mich drauf. Im Sonnenuntergang Fähre von Nordwägen. Wenn du noch gut ruhten. Geil. Doppelbanden. So Ben, wie ist denn die Stimmung nach 3 Stunden, 15 Minuten Fährfahrt? Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Tom, Fett werden geschlafen. Wir sitzen jetzt im Auto und könnten langsam rausfahren, haben wir jetzt noch ungefähr eine Stunde bis zum Supermarkt, wenn wir es ein bisschen verkaufen, damit wir morgen Frühstück haben. Und dann geht es eigentlich schon Richtung Bett, also heute passiert immer viel. Aber wir sind daaa! Hä? Ja. Wir sind daaa! Die Ferien. Die Ferien. Halt! Die Band ist völlig übernächtet. Als wir nach dieser mega, mega langen Anfahrt, also wir sind ja um 2 Uhr nachts gestartet, und mit dem Flugzeug von Frankfurt, also erstmal mit dem Auto nach Frankfurt, dann mit dem Flugzeug nach Oslo und auch so umsteigen. In Oslo nach Buddel. 3 Stunden warten, mit der Fähre dann zu den Lofoten und dann nochmal eine Stunde Autofahrt. Boah, das war heftig. Und dann sind wir angekommen um 9,30 Uhr abends. 9,30 Uhr, genau. Und hatten natürlich gedacht, wir hatten ja eine Bude mit mehreren Schlafzimmern. Jeder sucht sich jetzt sein Schlafzimmer aus und dann fallen wir einfach um. Feierabend! Und was passiert? Die haben natürlich gelesen, zwei Personen dachten sofort, naja, muss ein Pärchen sein. Und es war nur ein Bett gemacht. Ein Doppelbett. Ein Doppelbett. Ein Französisches, 1,40 Meter Doppelbett. Hallöchen! Ja. Und dann erstmal auf die Suche gegangen nach Bettwäsche, damit jeder sein eigenes Zimmer einrichten kann. Und ja, nicht alles gefunden erstmal. Und dann musste ich noch mit dem Hausbesitzer telefonieren. Und Gott sei Dank war aber irgendwie in der Bude alles versteckt, sodass ich mir mein Bett noch machen konnte an dem Zimmer, was ich mir ausgesucht hatte. Und wir nicht dann in der Nacht angekuschelt zusammenschlafen mussten. Jo Leute, die erste Nacht ist geschafft. Ben, gut geschlafen? Ja. Jo, super. Ich auch. Zwei Minuten vorm Wecker, um 7 Uhr bin ich aufgewacht. Wir gucken uns heute den Sonnenuntergang an, allerdings direkt vor der Bude. Da hinten, die Felsenkette kennt man von vielen Fotos. Da ist der Haukland Beach. Halbe Stunde zu Fuß von hier. Wir waren gestern Nacht schon mal kurz hier draußen, haben uns umgeguckt. Ja. Und die Gegend hier wird ziemlich cool befunden. Faszinierend, wie wahnsinnig viele Sterne hier zu sehen sind. Ja. Total. Guck mal da hinten, eine ganze Felsspitze mit Schnee. Guck mal. Guck mal da hinten. Guck mal da hinten. Guck mal da hinten. So, erster Morgen, die Kameras sind aufgebaut, Ben kloppt vorne aus, könnte mal gut fotografieren. Ja, der kann ja noch was lernen. Ich glaube nicht, ich will. Das ist die Perspektive. Und wir hoffen natürlich, dass da gleich die Sonne erscheint. Wir sind kurz vor Sonnenaufgang. Die ersten Wilkchen kriegen schon so einen leichten Rutschimmer, sind allerdings nicht viele Wolken da. Ja, wenn aber gleich tatsächlich die Sonne den Gipfel berührt, dann könnte es hier richtig spannend werden, Ben. Aber Logo. Zu den Einstellungen. Ich nehme natürlich ISO 100, habe mich für eine Blende 8 entschieden. Will so ein bisschen einen Ausgleich haben zwischen dem Boot vorne und den Felsen hinten. Es sollte möglichst alles scharf sein. Und dann eine Sekunde Belichtungszeit momentan. Das passe ich natürlich noch ein bisschen an, je nachdem, wie das Licht gleich fällt. Das ist die MöOLL. Das ist ist es natürlich auch ein bisschen an. Das ist Drei. Ich bin Kent. Das ist etwas sehr passarly. Aber hier ist irgendetArt crop. Ich bin hier heute das erste Mal in meinem Leben am Haukland Beach Lofoten. Ein sehr berühmtes fotografisches Motiv. Ein sehr berühmtes fotografisches Motiv. Ja, ihr seht, der Sonnenaufgang ist schon rum. Die Sonne steht da hinten dort und strahlt jetzt richtig schön ungefähr um halb elf den Strand an. Ja, ein interessantes Panorama hier. Berge, Felsen im Wasser. Drumherum sieht es so ein bisschen, da oben ist ja schon Schnee auf den Bergen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schweizer Alpenpanorama. Die Felsen allerdings eher so, ja, nordisch-britisch vielleicht vergleichbar. Ein bisschen wie in Schottland. Und ja, also ich kann verstehen, dass das gerade mit Polarlicht dann im Hintergrund ein gigantisches Motiv ist. Das ist der nördlichste Punkt, wo ich hier in meinem Leben war bis jetzt. Und ein schöner Moment. Wie fühlen Sie sich, Herr Hubert? Es ist eine traumhafte Umgebung. Wenn man vom Haukland Beach praktisch auf diesen riesengroßen Felsen drauf guckt, der das Panorama so ausmacht, dann kann man da durch den Tunnel durchfahren oder drumherum wandern, glaube ich sogar. Und auf der Rückseite ist der Uttergleich Beach. Der ist natürlich auch wunderschön. Und hier sieht ein ganz tolles Panorama drumherum. Hat ein bisschen den Nachteil, dass da nur so ein kleines Fenster ist, wo die Sonne durchscheint. Und ansonsten ist da links und rechts dieser Felsen. Aber ich glaube, das macht besonders Möglichkeiten eben auch zur Mittagszeit. Und dadurch, dass die Sonne hier so tief steht, hat man praktisch den ganzen Tag so, ja, wie so eine Morgenröte. Ich finde das wahnsinnig schön von der Lichtstimmung her. Und das Panorama mit den Bergen, also auch der Uttergleich Beach auf der Rückseite praktisch, das Haukland Beach, absolut sehenswert. Und das ist das, was ich. 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 Nach diesen ersten Eindrücken sind wir erst einmal nach Leknes gefahren für ein leckeres Mittagessen, Fisch & Chips mit einem norwegischen Bier, das überraschend gut war. Eine kurze Tour nach Ballstadt hat im Prinzip nur ergeben, dass das nicht so unser Motiv war und am Abend sind wir dann zurück zum Haukland Beach auf der Jagd nach Polarlicht. Juhu, ich bin hier mitten in der Nacht am Haukland Beach, es ist ziemlich dunkel. Es ist aber krass, wie viele Sterne man sehen kann. Polarlichter sind momentan nicht zu sehen, ich mache gerade schon entsprechende Belichtungen. Die Milchstraße kommt ziemlich krass rüber, allerdings ist da hinten so eine Stadt hier oder so ein Dorf und die haben die Lichter an. Und das reflektiert in den Wolken, das sieht man mit losen Augen natürlich nicht. Das macht es aber relativ schwierig, weil ich habe im Moment eigentlich nur die Milchstraße und orangen Wolken, aber keine Polarlichter. Es könnte sein, dass die nächsten Mächte da noch etwas besser werden. Der erste Versuch Polarlichter zu fotografieren ist jetzt doch kolossal schief gelaufen. Nachdem es dann angefangen hat zu regnen, haben wir es aufgegeben, obwohl wir am Anfang erstmal ein paar coole Milchstraßenfotos gemacht haben. Aber jetzt schreit es alles nach einem gemütlichen Wohnzimmerabend, weil wenn es regnet, dann ist auch nichts mit Polarlichtern. Das ist auch ein super krasses Panorama gerade, da die Berge, da die Sonne, da hinten eine riesengroße Regenfront. Das sieht so grün aus, ich bin unglaublich begeistert. Jo McFly, wie geht's? Ah, der DeLorean ist bereit. Mach doch nochmal. Also Ben, das mit dem Bienchen und dem Blümchen, ne? Nein, das... Ja, ja, ja. Verstehst du? Moin, 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 moin. Notiz an mich selber. Dem Typ da. Später wollen wir nicht auf die Fresse hauen. Das war einfach... ich kann es nicht mehr so richtig... ich spüre es immer noch, als wenn es immer noch gewesen wäre. Ach, das war nochmal neu. Ach, das war nochmal neu. Ja. 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 Ja.